Tipp Nummer 1. Mechanik lernen und Project Zomboid. Fange mit Standardfahrzeugen 3 oder 5 Türlimousinen an, da sie weniger Mechanikerfähigkeiten benötigen und du dadurch mehr Teile ein- und ausbauen kannst, ohne oder wenig Schaden zu verursachen. Fange an mit Batterien, Radius, Front- und Rückleuchten. Sind deine Skills höher, kannst du auch Reifen ein- und ausbauen, die Federung, Bremsen, Seitenscheiben und eine Windschutzscheibe zum Beispiel. Bedenke, dass du pro Tag jedes Teil nur einmal ein- und ausbauen kannst, um dabei Erfahrungspunkte zu bekommen. Umso höher dein Skill, umso schwierigere Teile solltest du ein- und ausbauen, da du für diese mehr Erfahrungspunkte bekommst. Am besten nur Teile wählen, die du anhand deines Skill-Levels auch ohne Schaden ein- und ausbauen kannst. Logischerweise solltest du vor dem Leveln die Fähigkeitsbücher für deinen entsprechenden Mechanik-Level lesen, um den Erfahrungspunkte-Multiplikator zu nutzen, welcher schnelleres Level ermöglicht. Bis zum nächsten Mal.